Als erstes mache ich die Türen auf, damit die Luft rausgehen kann. Dann falte ich das Zelt von hinten nach vorne. Richtig zusammenfalten. Dann aufstelle ich es so, dass der Bändel nach oben schaut. Jetzt nehme ich hier oben den Kreis und lege den Appen in die Mitte. Schön die Luft rauslassen. Jetzt nehme ich die zwei Hälften auseinander. Ich lege die eine rein und die andere drüber. Und ergreife alle Zeltstangen gleichzeitig. Jetzt nehme ich den Bändel. Ich packe das Ganze ein. So ist es befestigt. Und jetzt noch in die Hülle rein. So macht dann die Bären Spass. Das war's für eine kleine Zeltstwash. oportunidad zum Schluss! Krankenhaus Jettlund. Sie die Head práin.